Yo, Hitchassi! Willkommen in eine neue Folge nach heimiger Zeit von YouTuber Let's Draw. Heute mit Joy. Hallo. Heute bist du mein Opfer. Ich werde dich zeichnen. Was für Merkmale hast du? Okay, pass auf. Ich glaube, die Situation ist schon ganz klar. Ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Ich fall oft hin und mir passieren ganz viele Missgeschicke. Deswegen meine ich doch am besten, wie ich auf so einer Bananenschale ausrutsche und so kurz vorm Hinfallen bin. Okay, okay, nice. Ja, was macht mich noch aus? Deine Faces finde ich so, boah, wie Jim Carrey so. Ja, du kannst so einen krassen Gesichtsausdruck machen. Bei meinen Fans, die wissen alle, dass meine Lieblingssüßigkeit Milky Way ist. Lass so machen, ich habe so eine große Schüssel Milky Way in der Hand und dann fliege ich hin und alle, die fliegen so durch den ganzen Raum. Oh, ich hatte dich auch gesehen, während du so ein riesiges Schokoriegel so reitest. Also so mehr so. Ach so, okay. Ein bisschen abstrakt. Ein bisschen abstrakt, ja. Ich bin gespannt. Ach krass. Es sieht sogar ein bisschen aus wie ich schon. Da du dich so als deutschspatschiger so ein bisschen siehst, was war das Peinliche, das dir bis jetzt so passiert ist in dieser Richtung? Ich habe mir schon extrem oft den Kopf gestoßen, wenn es ganz viele Leute gesehen haben. Aber auf jeden Fall schon ganz oft, wenn man im Fitnessstudio ist oder so. Und dann irgendwie an so Gewichten was macht. Ja. Und dann knallt auf einmal dieses Gewicht so auf deinen Kopf drauf. Oh, ja. Ich kenne mich alle an. Ich kenne das auch. Die schlimmsten Momente sind so, wenn alle zusehen. Ja, auf jeden Fall. Es sieht aus, als wäre ich so ein Kung Fu Kämpfer. Versuchen wir mal ein zweites. Okay. Mach mal deine Idee. Ein abstraktes. Was für ein Gesicht du hier hast, das wirst du bestimmen. Voll der Druck. Voll die Verantwortung. Du reitest auf so ein riesiges Milky Way. Oh Mann ey. Und jetzt mach mal dein Gesicht. Keine Ahnung, wie soll ich mich malen? Ich mache so riesige, einfach so riesengroße Augen. Ganz groß. Ich mache das zum ersten Mal mit diesem Tablet. Hätte ich das geübt, hätte ich das ein bisschen besser hingekriegt. Sieht aus, als ist das so ein Kleinkind gemalt. Passt, passt. Ganz toll. Kannst du noch ein bisschen schöner machen, glaube ich. Jetzt werden wir diese Weiterzeichnung ausmalen. Und ihr seht das jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Jetzt mit Farbe. Ich kann keine müde aus. Bock nicht. T камensque jamais auch immer die Ausfläche. so etwas mit mir ... denn ich habe es keine Müller hinowers, weil ich mir kann auch möglichstishes nicht sein. Ich habe es erstmalig Kind aus. Village dir heißt, Jetzt ist es Zeit für das Community Let's Draw. Jetzt seid ihr dabei und unser Joy wird drei von euch ausfällen. Ich sage euch einfach, um mitzumachen, ein Foto von euch tweeten oder auf Instagram auch markieren mit den Hashtag Community Let's Draw. Und nicht den Snapchat-Filter benutzen. Genau, genau. Er weiß das schon, ja. Und bitte ohne Snapchat-Filter. Ich muss euren Gesicht sehen. Okay, als erstes nehmen wir das Bild. Das ist ein lustiger Gesichtsausbau. Wow, okay, ja. It's me to game. Du bist dabei. Kannst du sie zeichnen? Wow, okay. Elsa? Ja, Elsa. Und das letzte? Wir nehmen... Können wir nehmen ihn. Okay. Er ist wie ein kleiner Gamer fast. Jetzt mit Farbe. Kommt zu spät. We are here for fun. We want you all to join our call. Let's get together. Party on the team. Danke für alle, die mitgemacht haben. Schaut auch bei Joystrangle vorbei. Und wir sehen uns in der ersten Folge von YouTuber. Let's roll. Roll.